Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Ein neuer Cheftrainer ist ja bei uns noch nicht da, das wird sich aber wohl heute oder spätestens morgen ändern und dort gibt es nun auch interessante Neuigkeiten. Denn während der letzten Tage über sehr viele Namen diskutiert wurde und vor allen Dingen auch immer wieder berichtet wurde, dass Thomas Reis sehr, sehr geringe Chancen hat, ist er nun wohl doch der Top-Favorit. Das berichtet Sport1 sowie die BILD und man ist sich dort auch übereinstimmend einig, dass Thomas Reis einen Vertrag bis 2024 erhalten soll und vor allen Dingen soll dieser Vertrag in der 1. und 2. Liga gültig sein. Darüber hinaus soll er einen sozusagen Retterbonus bekommen, sollte der Abstieg verhindert werden. Zudem darf er auch seinen Assistenten und Vertrauten Markus Gellhaus als Co-Trainer mitbringen. Morgen oder besser gesagt heute sollen es eben dann auch die finalen Gespräche mit Thomas Reis geben und das Gehaltsangebot wurde offenbar nochmal aufgebessert als noch vor ein paar Tagen und entspricht etwa der Offerte vom Sommer. Und deswegen will man wohl auf jeden Fall auch gerne heute die Entscheidung verkünden, wer neuer Cheftrainer wird. Laut der WAZ gab es nämlich auch eine Einigung mit den Wunschkandidaten am Wochenende in Berlin. Zudem berichtet Sport1 wiederum, dass es auch noch einen anderen Kandidaten gibt, mit dem man auch an diesem Wochenende gesprochen hat. Denn am Ende ist wohl noch die Frage, ob Bochum Thomas Reis einfach so ziehen lässt oder sogar noch für seinen entlassenen Trainer eine Ablöse fordert. Und das könnte eben die ganze Geschichte nochmal zum Kippen bringen, wodurch eben auch noch ein weiterer Kandidat im Rennen ist. Aber an sich soll Thomas Reis anscheinend, und da sind sich die Medien jetzt mal wieder einig, nachdem man vor ein paar Tagen noch was ganz anderes gehört hat, Thomas Reis soll wohl neuer Cheftrainer werden. Eure Meinung dazu mal gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker.